Was ein Glück, dass es das Gravitationsgesetz gibt. Hä? Sonst würde man ja alle durch die Luft fliehen. Keine Pflicht durch die Luft. Wer ist denn im Gravitationsgesetz? Von wem kommt das Gratifikationsgesetz? Das heißt Gravitationsgesetz und ist ein Naturgesetz. Also von der Grünen? Aber nicht so ein Blödsinn. Etwa von der SPD? Das ist so zu sagen, wie die Schöpfung losgegangen. Ach so, von der CDU. Du bist so blöd. Und du bist ein Besserwisser. Besser als mit dem Dummkopf. Jetzt bleiben wir auf dem Teppich. Nur wegen der Schwerkraft bleibt man ja auf dem Teppich. Sonst wird man ja fottfliehen. Aber nur, wenn es kein fliehender Teppich ist. Es gibt gar keinen fliehender Teppich. Aber erst seitdem du mit der blöden Gratifikation angefangen hast. Lieber Gott, schmeiß Herrn vom Himmel. Das fällt ja gar nicht runter ohne Gratifikation.